Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Beetlejuice, Beetlejuice, der Überraschung, Fortsetzung von Beetlejuice. Ich bin der Stu und ich sage jetzt einfach dreimal ihren Namen und vielleicht kommt sie ja. Melanie, Melanie, Melanie. Hallo, sehr überzeugt, nicht wahr? Sehr überzeugt. Melanie, wir beide konnten uns Beetlejuice, Beetlejuice angucken. Ein Film, ich sage es schon, eine Fortsetzung und ich sage mal so, die Fans des ersten Teils mussten auch gar nicht so lange warten, nämlich nur 36 Jahre. Hast du auf den Film gewartet? Sei ehrlich. Also, da ich den ersten Teil erst vor zwei Wochen geguckt habe, habe ich wirklich extrem lange gewartet. Okay, ja, okay, du armes Ding. Ich habe Beetlejuice 1 erst letztes Jahr gesehen, bei den Movie-Vergens von Movie Break, könnt ihr gerne mal reinhören. Das war immer so ein Film, den wollte ich immer mal gucken, aber ich habe mich, warum auch immer, es hat sich nie ergeben. Und ich habe ihn dann halt nachgeholt und ich kann auch verstehen, woher dieser Kult kommt. Oder was ist Kult? Aber er wird ja wirklich von vielen Fans auch wirklich sehr geliebt. Ich kann das komplett nachvollziehen. Und ich möchte nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil ich habe diesen Podcast und du, liebe Melanie, auf deinem YouTube-Kanal, Melanie Kali, gehst du ja auch auf das Original ein. Könnt ihr gerne mal abchecken. Aber trotzdem für dich auch an dich die Frage, wie hat dir denn der erste Teil gefallen? Ist es vielleicht bei dir so, dass du sagst, so ja, vielleicht ist es so, dass wenn man den damals geguckt hat, der einfach anders gewirkt hat? Ich glaube vielleicht sogar schon, dass er ein bisschen anders gewirkt hat damals. Ich fand ihn aber trotzdem, also mein Take, wenn ich jetzt an den Film denke, ist einfach direkt, dass ich darüber nachdenke, wie spaßig da ist. Also ich finde den wirklich sehr unterhaltsam. Ich finde den absolut kreativ. Ich habe sehr, sehr viel in meiner Review wirklich das Kostümdesign gelobt. Ich habe wirklich das Setdesign gelobt. Ich habe auch vor allem die Filmmusik gelobt, die ich richtig toll finde. Und ich mochte es auch, dass wir jetzt auch in dem Film wieder so ein bisschen dasselbe Opening bekommen und dann wirklich die Musik von Danny Elfman dann auch wirklich, die wird uns quasi so ein bisschen um die Ohren so geschmissen auf eine Weise, aber auf eine positive Weise. Aber ja, und ich fand einfach, man muss einfach sagen, Beat the Doors hat eigentlich eine sehr simple Story. Und vielleicht ist, also irgendwie hat der Film eigentlich auch keinen großen Plot und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Schwäche daran. Und ich fand es auch ein bisschen blöd, dass Beat the Doors im Endeffekt auch ein bisschen, also er kam ja auch ein bisschen zu kurz als Figur. Ich hatte ihn mir ein bisschen länger dargewinnt. Ey, ganz ehrlich, ich war komplett perplex, als ich den geguckt habe und dachte, wann kommt jetzt eigentlich mal dieser Beat the Doors, um den er im Titel ist. Der hat ja im ersten Teil also gefühlt eine Screentime von fünf Minuten. Er hat 14 Minuten scheinbar. Oder 14, ja. Also es ist echt wenig. Es ist wirklich wenig dafür, dass er halt titelgebend ist und ich finde halt auch, es ist schade, weil ich finde Michael Keatons Performance wirklich absolut geil und ich finde halt seine Figur einfach sehr faszinierend und sehr interessant. Und ich hätte eigentlich gerne mehr gehabt davon, weil er ist irgendwie so, er ist wirklich ein Scene-Stealer, das muss man auch einfach sagen. Ich hatte dann irgendwie darüber nachgedacht, dass Tim Burton vielleicht ihn extra nicht so viel gezeigt hat, weil er vielleicht auf Dauer zu nervig und anstrengend gewesen wäre. Weil er vor allem, ich finde vor allem im ersten Teil hat er so schnell geredet. Also er hat ja wirklich die Leinen so runtergeklappert und du kamst zum Teil gar nicht hinterher in so einer Konversation mit ihm. Aber ja, ansonsten, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hätte ich den damals mit 11, 12, 13 geguckt, da hätte er mir richtig, richtig gut gefallen, weil ich hatte auch damals so eine Phase, da mochte ich so sehr alles, was ein bisschen Halloween-related war, aber noch auf so eine harmlose Weise. Also wirklich so 6 und 12 Filme und jetzt nicht irgendwie was Horrormäßiges, weil ich ja immer Horror eigentlich nicht so mag. Aber so alles, was so ein bisschen in diese softere Halloween-Richtung geht mit diesen Figuren halt so, das fand ich damals richtig cool. Deshalb hätte er mir, glaube ich, richtig gut gefallen. Aber ich mag es immer noch sehr, sehr gerne. Aber ich finde, er hat auch seine Schwächen. Okay, das war jetzt ein sehr langer Take von mir, sorry. Ich kann dich aber so fast alles halt unterschreiben. Ich mochte halt, wie, mit wie viel Spaß und Häme er so gegen das Spießbürgertum zu Felde zieht, im ersten Teil. Ich war überrascht, wie, also der ist jetzt nicht gruselig, aber wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte ihn damals irgendwie mit sieben Jahren geguckt, sind da halt Szenen drin, die hätte mich verstört. Die finde ich als Erwachsener einfach nur unglaublich witzig, auch weil sie so kreativ sind. Aber ich finde halt nicht, dass es ein Film ist, der nach einer Fortsetzung verlangt. Für mich war das irgendwie erledigt. Ich habe ganz oft, wo ich den Film, wo ich ein bisschen recherchiert habe zu dem Film, weil ich ja immer ein paar Hintergründe mitbringe, habe ich ganz oft gelesen in den Artikel, dass da immer wieder stand, es sollte niemals eine Fortsetzung von Beetlejuice geben. Das haben wirklich mehrere Artikel unabhängig voneinander geschrieben, weil es war ja damals schon irgendwie die Idee von irgendwas Beetlejuice goes Hawaiian. Also da gab es ja schon mal so eine Sequel-Idee, die dann aber irgendwie verworfen wurde. Und ich glaube auch zu dieser Zeit war es halt so, dass die Leute halt immer gesagt haben, ey, das braucht man gar nicht, das würde gar nicht funktionieren. Und ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht stimmt das auch irgendwie. Ja, was ich halt faszinierend finde ist, das ist uns glaube ich gar nicht so richtig klar, aber als der Film rauskam, hat es ja nochmal drei Jahre gedauert oder zwei Jahre und dann wurde aus Beetlejuice Batman. Also das ist halt total, also könnte ich mir halt vorstellen, dass Christian Bale sowas spielt und dann zwei Jahre später Batman ist. Ich mag Michael Keaton, weil der also wandlungsfähig ist, aber das ist so, ich kann mir, in meinem Kopf sind das zwei verschiedene Michael Keatons, wirklich. Es gibt diesen Komödie Michael Keaton, hier Beetlejuice und dann gibt es halt den ernsthaften Michael Keaton, Batman, The Founder, Birdman und so. Und ich, also ich greife vorweg, also Michael Keaton ist auch in Beetlejuice, Beetlejuice, das Highlight, das kann man glaube ich jetzt schon hier verraten. Aber also ich war wirklich baff, dass dieser Film von den Leuten kommt, die dann Batman gemacht haben. Ich meine klar, es hat schon gewisse Ähnlichkeiten, auch diese Düsternis und so, aber dieses Verspielte, das ist halt wirklich Tim Burton, wie er leibt und lebt. Also das, der erste Teil ist nicht fehlerfrei, finde ich, aber das ist schon so ein Film, wo ich auch bei der Erstsichtung auch ein bisschen baff war, so wow, das ist gerade so kreativ. Und ich sage das jetzt nicht besonders stolz, aber damals gab es noch solche Filme. Aber weißt du, das denke ich mir auch, so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen strange, weil, also ich bin 22 Jahre alt, so, ne. Aber das denke ich mir halt auch, also, guck mal, ich habe Heat geguckt und dann habe ich Beetlejuice geguckt. Und das sind beides für mich so natürlich sehr unterschiedliche Exemplare, aber das sind beides für mich so zwei sehr unterschiedliche Streifen, die aber irgendwie so dasselbe irgendwie mir nochmal gezeigt haben und zwar wie experimentell man auch damals so ein bisschen war. Nicht, dass man es heute auch nicht ist, aber irgendwie Film war damals einfach anders. Also es fühlt sich irgendwie anders an und da steckt auch so viel Liebe drin. Und vor allem auch diese Wahl, dass man auch, also er hatte ja, da sind ja Effekte auch drin, die sehen irgendwie scheiße aus. Und er wusste auch damals schon, dass es scheiße aussieht. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Alter des Films zu tun, sondern er war wirklich so, ja, ich habe jetzt low budget, also ich habe nicht viel Budget für diesen Film. Aber ich entscheide mich jetzt bewusst dazu, dass ich die Effekte eigentlich auch so ein bisschen, die sollen so ein bisschen albern aussehen, die sollen auch so ein bisschen billig aussehen. Weißt du, das war, er hat das wirklich ja auch so bewusst so entschieden. Und das finde ich auch wieder, das ist irgendwie so ein Mut und irgendwie so eine, ich weiß, es ist so eine Einstellung, die finde ich einfach sehr spannend. Und Tim Burton finde ich eh eine super spannende Person und vor allem ein sehr, sehr spannender Film, ja, also Regisseur halt auch und Produzent und auch, ne. Also Tim Burton ist eine Größe. Ich habe halt das Problem, dass er irgendwann weich ist, halt satt, weil er hat sich halt auch wiederholt. Aber der hat so viele tolle Filme gemacht, Ed Wood, Sleepy Hollow, Ed Wood mit den Scherenhänden, das ist also toller Regisseur. Und er hatte ja so eine Zeit, wo er halt bei Disney auch in den Vertrag war, hier mit hier Erlassen Wunderland und so, die fand ich halt alle furchtbar. Und ich hatte auch irgendwie die Hoffnung, dass er vielleicht mit Beetlejoes, Beetlejoes so ein bisschen, ja, zu alter Größe, zu alter Stärke zurückfindet. Und ob er das getan hat, das werden wir dann gleich herausfinden. Aber ich war halt immer noch barb, dass dieser Film existiert, also dass der überhaupt gekommen ist. Weil ich, pass auf, ich bin ja bei Movie Rebeck auch als Autor tätig. Und ich weiß, dass ich in den zehn Jahren, wo ich da jetzt tätig bin, gab es so ein paar Filmprojekte, da kamen immer wieder News, du konntest den Wecker danach stellen, alle zwei Jahre kommt irgendwas. Und das war auch sowas wie Beetlejoes und auch sowas wie das The Crow Reboot. Und es ist gerade so perplex, dass diese beiden Filme fast zeitgleich jetzt ins Kino kommen, weil ich eigentlich gedacht habe, das wird beides nicht passieren. Weil auch keiner wirklich nach einem Beetlejoes Sequel verlangt hat, aber gut. Also, ich halte mal fest, wir beide mögen den ersten Teil, aber wir beide sind schon der Meinung, für uns ist es jetzt nicht das Supermeisterwerk, aber ein guter, sehenswerter Film. Ja, und was ich auch noch irgendwie an dem so besonders finde, ist irgendwie zum Beispiel auch so diese eine Szene mit dem Banana Boat Song, weißt du? Das ist auch so etwas, das ist so, es ist eigentlich so bescheuert, wenn du einfach mal so von außen draufblickst, ist es total bescheuert, aber es ist einfach in dem Moment so genial. Und ich meine, es gibt Hans-Norman, es gibt Musical-Norman in Filmen, ja, das gibt es auch heutzutage, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so etwas, das habe ich mir direkt angeguckt, habe mir gedacht, beste Szene im Film. Das suche ich mir auf YouTube nochmal an. Ja, das ist interessant, weil ich fand die Szene nie so geil. Ich fand die richtig geil. Die hat mich nie so richtig bekommen und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil das dann irgendwie too much, ich kann es dir gar nicht sagen, ich habe auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, ich habe sie halt gesehen und dachte mir so, ja, es ist nett, aber irgendwie gibt es dann andere Aspekte in den Filmen, die mich mehr catchen. Allein die Grundidee, dass dieser Beetlejuice oder im Deutschen heißt er ja Lottageist Beetlejuice, dass er halt ein Bio-Exorzist ist. Also wenn du als Geist halt eben Menschen bei dir zu Hause hast, kommt der halt und vertreibt die Menschen. Und diese Idee ist einfach nur großartig. Ich liebe auch die Idee einfach, unsere Protagonisten sterben einfach am Beginn des Films. Das ist so genial. Weißt du, das ist so, also und dann auch einfach dieses Ganze so, allein, dass der Typ halt in der Werbung auftaucht, dass der einen TV-Clip hat, wo er dann auf so einem Pferd sitzt. Und dann, weißt du, er hat ja auch noch diesen Südstaatendialekt die ganze Zeit auch noch. Das ist halt so, ich denke, es ist ein Südstaatendialekt, ne? Ich glaube, ja. Also es ist ja irgendwie so, sowas so, keine Ahnung, so Texas-mäßiges, so, weißt du. Es ist halt irgendwie, da denke ich mir halt so, wer kommt auf sowas noch, weißt du? Also der Film ist auf jeden Fall, das kann man dem nicht abschreiben, der ist total originell. Ja, also da muss man nicht drüber diskutieren, der ist halt wirklich wahnsinnig originell. Weißt du, was ich bei dem Banana Boat Song auch so geil finde? Das wollte ich gerade noch sagen, sorry. Ich mag einfach sehr an der Szene, ich mag die Endszene nicht so gerne wie diese Szene. Also ich hab das mehr bei der Endszene, wo halt Winona Ryder dann auch so hochgefahren wird und dann so schwebt in der Luft, weil es halt auch so offensichtlich ist, dass sie an einem Seil gerade hängt, so, weißt du. Aber ich mag an der Banana Boat Song Szene so sehr, dass du halt siehst, wie die Schauspieler, also dass sie diese Balance hinkriegen zwischen, sie werden gerade gezwungen, das zu machen, aber irgendwie sind sie dann auch wieder so im Groove drin, weißt du. Das finde ich halt so geil von denen allen gespielt, das ist so lustig einfach für mich. Also das mag ich einfach total gerne daran. Jetzt haben wir die ersten über zehn Minuten schon damit verbracht, um den ersten Teil zu reden. Wie gesagt, die Melanie hat auf ihrem Kanal Menni Kali dazu eine ausführliche Kritik und ich hab dafür den Podcast bei den Movie Visions gemacht letztes Jahr. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal wirklich zu dem zweiten Teil kommen, der ja am 12. September in den deutschen Kinos startet, nach 36 Jahren Wartezeit, ist ja nix. Melanie, kannst du uns eben kurz grob umreißen, worum geht es in Beetlejuice, Beetlejuice? Okay, also es ist irgendwie eine komische Zusammenfassung hier. Drei Generationen der Familie Dietz kehren nach einer unerwarteten Familientragöde nach Winter River zurück. Das Leben von Lydia, die immer noch von Beetlejuice heimgesucht wird, gerät aus den Fugen, als ihre rebellische Teenager-Tochter ein geheimnisvolles Portal ins Seenseits entdeckt. Ich würde es jetzt einfach so stehen lassen, das ist irgendwie schon zu viel eigentlich. Vielen Dank. Der erste Punkt, den ich halt interessant und auch total spannend finde, ich hab mich gefragt, wie machen sie das mit dem Vater? Denn der Darsteller Jeffrey Jones ist ja in Hollywood eine Persona non grata. Also viele dachten ja, dass er schon tot ist, nee, der lebt noch. Aber er hat sich halt, also da gab es irgendwas von wegen Kinderpornografie. Oh. Ja, deswegen wird er halt eben nicht mehr gebucht. Deswegen ist er auch hier in dem Film nicht mehr zu sehen. Aber ich fand es relativ clever gelöst. Denn, das kann man ja glaube ich verraten, Mr. Dietz ist tot. Und es wird auch in einer sehr netten Animationssequenz erklärt, wie er dem Tod erst ein paar Mal von der Schippe gesprungen ist. Nur damit er dann doch noch, ja, das hat gesegnet. Und das zeigt schon, dass Beetlejuice, Beetlejuice, wie ich finde, wirklich ein paar richtig krasse Fehler hat. Aber der ist immer noch unglaublich verspielt und auch immer unglaublich kreativ. Und wenn ihr das am ersten Teil mochtet, das kann ich schon mal vorweg schicken, aus meiner Warte her, dann müsste euch auch der zweite Teil gefallen. Fandest du den zweiten Teil ähnlich verspielt und kreativ wie den ersten? Oder siehst du da vielleicht, dass der zweite Teil sich nicht mehr ganz so viel Mühe gibt? Doch, ich fand ihn, doch, ich fand ihn doch schon ähnlich, ne, verspielt und auch künstlerisch. Und ich fand es ein bisschen schade, dass man jetzt nicht mehr ganz so die ganzen Effekte von damals auch, also dieses, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man das nennt, also, dass man jetzt nicht alles wie damals gemacht hat. Also, man hat das auch mit so Special Effects und Kostümdesign gemacht, ne, jetzt zum Beispiel diese ganz schrecklichen Gesichter. Das hat man jetzt nicht mehr ganz so gemacht. Man hat aber dann auch wieder so alte Sachen benutzt, ne. Also, man hat da immer wieder vieles aufgegriffen, kann man auf jeden Fall sagen, ne. Definitiv, also, es gibt schon so Momente, wo du halt merkst, okay, das habt ihr gerade jetzt aus dem Rechner getrickst, gerade, es gibt zum Beispiel so eine Sequenz, wo Handys eine wichtige Rolle spielen, da sieht man schon sehr deutlich, das ist das am Rechner entstanden. Das fände ich ein bisschen schade. Ja, aber auf der anderen Seite, Handys sind was Digitales, da passt es irgendwie. Ja, okay, ja. Das fand ich okay und es gab aber auch so viele handgemachte Effekte oder sie waren so gut Tricks, dass sie handgemacht aussahen und gerade wenn es darum geht, wir sind ja oft in diesem Jenseits da und dann siehst du halt eben die ganzen Todesopfer und das sieht einfach, es ist, es hat diese gute Balance, als Beispiel, es gibt halt in dieser Warteschleife oder Warteschlange, gibt es diesen verbrannten Santa Claus. Und der ist auf der einen Seite einfach nur amüsant, aber er sieht auch irgendwie unheimlich aus und diese Balance finden sie recht häufig, finde ich. Ja, das stimmt, aber genau, also, was Kostümdesign angeht, finde ich das genauso stark. Also, Kostümdesign, auch Setdesign war ziemlich cool, also sah auch wirklich gut aus. Was auf jeden Fall, ich glaube, das ist auf jeden Fall der größte Unterschied zu Beetlejuice, das kann man auch vielleicht mal sagen. Ich finde, Beetlejuice war ja eigentlich fast schon wie so ein Kammerspiel, ne? Also, es ging so ein bisschen in die Richtung jetzt, abgesehen vom Jenseits, aber Beetlejuice, Beetlejuice ist auf jeden Fall mehr ein Film, der hat deutlich mehr Orte, also, der hat verschiedene Orte. Wir befinden uns an verschiedenen Stellen, wir erweitern die Welt nochmal mehr, wir erweitern dieses Dorf, diese Kleinstadt, in der die wohnen, auch nochmal viel mehr. Es gibt viel, viel mehr zu sehen auch, so, und das, also, da wird quasi nochmal die Dimension erweitert, auf eine Weise. Und das Erweitern ist ein guter Punkt, denn sie erweitern nicht nur diese Welt noch ein bisschen, das ist okay, ich komme mal jetzt zu meinem ersten Klickpunkt, die erweitern auch die Anzahl der Figuren. Und jeder dieser neun Figuren, also wir haben zum Beispiel, hat Jenna Ortega, klar, sie ist sehr wichtig, das ist die Tochter von Lydia Dietz, wir haben einen Justin Faroe, wir haben eine Monica Bellucci, wir haben einen William Dafoe, einen Byrne Gorman, wir haben einen Arthur Conti, der wohl bei House of the Dragon Ball mitgespielt hat, weil, oh gut, ob er sei es kommt. Das ist der Freund von Jenna Ortega, also der, den sie kennenlernt, als sie mit dem Berater irgendwie, ja. Ach ja, achso, das ist der, okay, ja. Auf dem Papier klingen diese Figuren alle spaßig, die sehen auch teilweise William Dafoe als ehemaliger Schauspieler, der jetzt im Jenseits Cop ist und Verbrecher jagt, ist witzig, der hat tolle Momente, aber sie schaffen es. Monica Bellucci sieht auch cool aus. Das stimmt, Monica Bellucci als Frankensteins Brautverschnitt sieht auch toll aus, aber sie schaffen es nicht, diesen Figuren eine adäquate Position, eine adäquate Zeit zu geben, das wirkt immer so ein bisschen hingerusht und gerade Monica Bellucci, die wird ja so zu Beginn aufgebaut als die Großwidersacherin, aber der Film vergisst sie irgendwann und dann taucht sie am Ende auf und dann war es das auch schon. Der Film ist von den Figuren her zu vollgestopft. Ein paar Figuren sind nett, aber ich hätte sie nicht gebraucht, zum Beispiel Justin Ferro, der, der Freund, Schrägstrich Verlobte von Benona Ryder, das war so, okay, hätte ich nicht gebraucht. Man kann auch darüber streiten, ob der Freund der Tochter, dieser Jeremy, auch wirklich notwendig gewesen ist. Ich glaube, das hätte man auch anders erreichen können. Also der Film hat das Problem, aus meiner Perspektive, er hat viele tolle Figuren, er hat aber einfach zu viele Figuren und weiß letztlich nicht, was er mit ihnen anfangen soll, auch weil er keine wirkliche Geschichte hat, die diese Figuren abhaben kann. Um es mal so auszudrücken. Es ist einfach ein, es ist von allem zu viel, aber für eine Handlung, die dafür zu wenig bietet. So würde ich es, glaube ich, ausdrücken. Wie hattest du die Figuren wahrgenommen? Ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Das ist für mich wirklich das Schlechteste an dem Film. Das ist wirklich das, was ich am meisten bemängeln würde. Ich hätte es so gemacht, ich hätte entweder Jeremy gemacht oder ich hätte entweder Monica Bellucci gemacht. Beide waren zu viel. Allein schon das. Und dann auch der Freund von Lydia, der war im Prinzip auch, den hätte man eigentlich auch nicht gebraucht. Ja, leider. Ich hätte Willem Dafoe gelassen als lustigen Gag, weil ich fand ihn wirklich witzig. Also ich fand ihn wirklich eine tolle Erweiterung. Er war für mich auch so ein bisschen die Juno quasi aus dem ersten Teil. Also auch wieder so jemand, der quasi im Jenseits arbeitet. Und ich fand das alles mit ihm super witzig. Und ich fand auch das, was wir dann durch ihn gesehen haben, dass es zum Beispiel so eine Polizei da quasi gibt. Das fand ich super witzig. Und wie gesagt, Willem Dafoe ist einfach genial. Aber ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Es sind wirklich zu viele Figuren und der Film, der weiß halt echt nicht, was er mit denen machen soll. Und es wird auch am Ende dann eine Figur so schnell weggeschafft, was auch wieder nicht gepasst hat, weil sie zuerst so eine Signifikanz hatte in der Handlung. Du merkst halt, er ist einfach nur ein Tool. Er ist einfach nur ein Tool und keine Figur. Er ist einfach nur dafür da, dass etwas erreicht wird, dass jemand wohin kommt. Also ich glaube, ich weiß, welche Figur du meinst. Und das ist eigentlich schade, weil ich diesen Handlungsstrang, der war interessant. Der hatte eine gewisse Spannung. Und was ich auch nicht verstanden habe, nichts gegen Monika Bellucci. Die sieht halt toll aus, aber ich finde einfach, sie vergessen sie halt einfach zu lange und dann hat sie auch irgendwie keine Bedrohungsfaktor mehr. Aber diese eine Figur, die du gerade genannt hast, die hätte doch perfekt gepasst, dass man da auch irgendwie die Willem Dafoe-Figur mit integrieren hätte können. Das wäre doch machbar gewesen. Das ergibt aus meiner Perspektive so viel mehr Sinn als das, was sie dann letztlich draus machen. Und es ist halt so schade, weil William Dafoe, die sind alle toll, aber William Dafoe sieht toll aus, hat tolle Szenen. Ja, du willst von dem auch mehr sehen. Genau. Und alleine, wie du auch gesagt hast, diese Idee mit der Jenseitspolizei nächstes Mal, das ist toll. Das hätte man schon nehmen können und hätte das ausarbeiten können, hätte man eine richtig schöne Geschichte gehabt. Aber dieser Film hat im Grunde, wenn man so will, drei, vier dunne Handlungsstränge, die er am Ende sehr unelegant zu einem Finale bündelt. Das Finale ist dann auch irgendwie fast schon ein bisschen antiklimatisch. Und das ist schade, denn, und das ist, glaube ich, ein großer Pluspunkt, immer dann, wenn der Film im Jenseits spielt, ist das einfach ein großer Spaß. Ich fand es auch toll, weil der Film sich auch Sachen wirklich traut. Weil es gab wirklich Szenen, wo ich dachte, boah, das ist gerade echt ekelhaft. Oder das ist gerade ein bisschen, also, ich könnte mir vorstellen, dass Leute das auch ein bisschen zu heftig finden. Aber ich sage jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ich sage mal so viel, das innere Kind war super. Das fand ich super. Ich finde auch, das ist wirklich der größte Pluspunkt. Ist wirklich alles, was im Jenseits spielt. Also, ich fand das auch schon im ersten Teil richtig toll. Ich fand alles, was im Jenseits gespielt hat, richtig klasse. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist wirklich für mich, Hot Take vielleicht, das ist für mich wirklich der einzige Grund, warum eine Fortsetzung überhaupt eine Daseinsberechtigung irgendwie hatte. Dass du halt ein bisschen, dass du, ich finde, du musst als Fortsetzung was erweitern. Und ich finde, das kann sie hier auf jeden Fall, und das kann sie hier, also, es gibt viel, viel mehr Screen Time im Jenseits. Es gibt, es werden verschiedene Orte, es werden verschiedene Settings gezeigt. Es wird wieder, der Wartebereich wird aufgegriffen. Dann gibt es eine ganze Sache mit einem Zug. Dann gibt es irgendwie so ein Immigration Office. Also, das ist ja wirklich so, der schafft es wirklich, die Welt auszubauen und dann auch noch so spaßig auszubauen. Und das ist für mich wirklich auf jeden Fall das Allerbeste an dem Film. Und da gibt es auch wieder so eine coole Szene, wo Musik halt mit eingeblendet wird. Und ja, das ist auf jeden Fall das Beste. Ich glaube, bei Monika Bellucci, jetzt nochmal kurz zu ihr, ich finde, die hätten sich entscheiden müssen, was sie jetzt machen, ob sie mit dem Freund gehen oder mit Monika Bellucci's Charakter. Weil, ich glaube, man wollte sie halt unbedingt da behalten, um vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrundstory halt Beetlejuice geben zu können. Weißt du? Weil, das war ja auch so ein bisschen das, was ich damals gedacht habe. Ich hätte mir ein bisschen mehr über ihn gewünscht und vielleicht auch ein bisschen mehr, wer er so ist oder wer er mal war. Und das will der dieser Film ja auch anbieten. Und deshalb führt er, glaube ich, auch ihre Figur ein. Aber das hätte man auch irgendwie, weißt du, also das hätte man auch irgendwie, im Endeffekt hätte man das eigentlich nicht gebraucht. Ja, also der Film ist einfach zu vollgestopft. Das ist es halt. Also diese ganzen Figuren, die sind an sich genommen, sind hier okay bis sehr gut. Aber das Drehbuch hat halt einfach nicht die Handlung für die parat. Das ist das Problem. Es ist wirklich überladen. Es ist wirklich überladen. Der Film geht 100 Minuten. Also der ist auch nicht langatmig oder so, aber der hat für mich wirklich gerade in der ersten Hälfte Passagen gehabt, wo ich dachte, jo, ist okay. Okay, ich verstehe. Können wir mal langsam ein bisschen anfangen, weil ich habe immer noch keine Ahnung, was sie mir eigentlich erzählen wollen. Das dachte ich mir auch. Ja, das dachte ich mir tatsächlich auch. Also ich habe einfach das Gefühl, da waren so viele Szenen drin, die irgendwie unnötig waren. Aber es gibt vielleicht auch unnötige Szenen in Beetlejuice auf eine Weise, aber die haben dann zum Beispiel irgendwie, dass da irgendwas kreativ eingebaut wird oder dass da ein Witz draus gemacht wird in dem Moment, weißt du? Also dass es ein bisschen da ist, um so ein bisschen die Kreativität zu zeigen. Und ich finde, Beetlejuice hatte so ein paar, also Beetlejuice, Beetlejuice hatte so ein paar Szenen, da hättest du es nicht immer gebraucht. Ich glaube, der Unterschied ist, bei Beetlejuice 1 hast du halt dieses Ehepaargespiel von Alec Baldwin und Jena Davis, die halt sterben. Und mit denen tauchen wir in dieses Jenseits ab. Die sind ja für uns so ein bisschen, ja, unsere Abbilder, wenn man so will, weil wir auch komplett nicht wissen, was ihr erwartet. Also wir erkunden ja mit ihnen das Jenseits. Und das fehlt ihr halt. Hier wird halt erwartet, dass du halt weißt, was passiert, was das Jenseits ist. Das ist auch okay. Aber es fehlt ihnen irgendwie so richtige narrative Fixpunkte. Sie versuchen das ja dann mit dem Tod des Vaters. Aber das ist, das war mir auch irgendwie, da war mir auch nie klar, meint ihr das jetzt ernst oder meint ihr es dann nur als Witz? Die Catherine O'Hara, die seine Frau spielt, macht das auch ganz gut. Aber die macht auch Sachen im Laufe des Films, wo ich mich auch gefragt habe, ich verstehe das gerade nicht, warum sie es macht. Und es ist halt schon schade, weil nichts gegen Catherine O'Hara, aber auch da muss ich sagen, ich hätte das nicht gebraucht. Und ich, ganz ehrlich, Vanona Ryder und Jenna Ortega hätten ausgereicht. Und ich muss ja sagen, Vanona Ryder wird hier immer wieder hervorgehalten. Sie kann nicht schauspielen. Sie ist vielleicht jetzt keine Cate Blanchett, aber ich fand die hier auch wirklich schön. Also ich finde auch, Vanona Ryder ist eine sehr schöne Frau, aber sie hat das auch gut rübergebracht. Ich habe mit ihr gut, gut connecten können. Mit wem ich ein bisschen Probleme habe, ist mit Jenna Ortega. Also ich fand sie nicht furchtbar, also ich falsch verstehe, aber ich weiß nicht, sie war mir irgendwie immer ein bisschen zu egal, um es mal so auszudrücken. Wie hast du sie wahrgenommen? Ah, ich glaube mir irgendwie auch. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach, ich glaube, ich bin irgendwie tatsächlich auch nicht so ganz mit ihrer Figur warm geworden. Ich habe irgendwie immer bei Jenna Ortega das Gefühl, dass sie sehr getypecastet wird. Ja, definitiv. Also es ist halt so krass, weil sie spielt ja in hier Wednesday mit und ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt und ich weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt. Aber ich finde irgendwie, das sind irgendwie so sehr ähnliche Figuren auch. Also pass auf, ich glaube, das können wir ganz schnell abhandeln. Wednesday ist eine der erfolgreichsten Netflix-Series, die es gibt. Wurde produziert und inszeniert von Tim Burton und das Drehbuch kam von den Leuten, die auch jetzt Beetlejuice 2 geschrieben haben. Das ist mir zu nah dran. Das ist mir zu nah dran. Ja, ich glaube auch ganz einfach, ohne Wednesday, ohne den Erfolg von Wednesday gäbe es auch kein Beetlejuice, Beetlejuice. Bin ich sehr von überzeugt. Also ich weiß, was du meinst und dieses Typecasting, ja, also irgendwie, ich war nur einer Ryder im ersten Teil, der habe ich das abgekauft. Die hatte so etwas Melancholisches, so etwas Trauriges und bei Jenna Ortega, der kaufe ich das irgendwie nie so richtig ab. Mein Problem ist, glaube ich, ich sehe Jenna Ortega. Ich sehe nicht die Figur. Ja, das trifft es relativ gut. Das ist, glaube ich, mein Problem. Wobei ich, glaube ich, auch so ein bisschen das Drehbuch in die Verantwortung nehmen möchte. Denn wenn sie halt ihren, ich nenne es mal, ihren Freund halt kennenlernt, denke ich, okay, cool. Aber sie machen daraus, also das entwickelt sich dann auch so rasch weiter. Also wir wollen dieser Spoiler-Grund halt nicht weiter, also nicht in die Tiefe gehen, sage ich mal. Aber das hätte man auch anders machen können. Es ist, also man hätte so viel anders machen können an dem Film. Ja, hätte man mehr, hätte man mehr Zeit, also hätte man was anderes rausgetan, hätte man ja auch mehr Zeit für den Handlungsstrang gehabt, um den zu entwickeln. Ja, und das ist schade, weil der, weil der, wie gesagt, das ist halt der Handlungsstrang, den ich am geilsten fand. Wo ich also, oder wo ich das meiste Potenzial drin gesehen hätte. Auch weil du halt eben William Dafoe da perfekt hättest reinimplementieren können. Ja, ich fand eigentlich auch so ein bisschen den Twist schön. Ja. Weil das war wirklich so ein Moment, wo ich so war, oh, okay, krass. Und da kam auch wieder raus, dass der Film auch wirklich manchmal ein bisschen fies und garstig ist. Das hat mir auch gefallen. Also er ist jetzt nicht so übertrieben fies und garstig, dass man sich auf den Schlips getreten fühlt. Aber er hat schon, also er spielt seine liebenswerte Morbidität schon sehr gut aus, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte danach schon Bock auf Sterben. Okay. Ich fand ja auch, ich fand ja auch schon immer den Humor in Beetlejuice auch, also im Ersten auch so, ähm, auch so witzig. Weil der ist halt so morbide, ne? Ja, wirklich. Also ich glaube, man kann auch ganz sagen, wenn ihr wirklich Fans des ersten Teils seid und sei es nur vom Design dieser Jenseitswelt und den Kreaturen, nenne ich es mal, dann ganz ehrlich, Leute, 12. September ab ins Kino mit euch. Da gibt es gar keine Alternative, finde ich. Ich finde auch, der bildet auch eine sehr schöne Halloween-Stimmung ab, weißt du? Oh ja. Ich finde, der kommt jetzt gerade zu einer sehr perfekten Zeit raus und, also, man kann sich irgendwie schon so ein bisschen, ne? Also man kann wirklich schon eine gute Zeit bei dem haben und man kann auch einfach so ein bisschen eben das Kostümdesign und all so diese künstlerischen Aspekte wirklich an dem so, ja, einfach genießen, ne? Definitiv. Aber halt, ich weiß nicht, also, ich denke mir halt im Endeffekt trotzdem so, okay, warum haben wir den Film jetzt bekommen? Weil Wednesday so ein Erfolg war und weil Jenna Ortega gerade in Anführungszeichen heiß ist. Ich meine, nicht alles mit ihr wird ein Hit, also dieses Mila's Girl ist halt gefloppt, aber der Film war auch wirklich scheiße. Ich finde den von der Punkt ist das schon sehr gruselig. Der war auch wirklich, also der war auf eine uncoole Art gruselig, sage ich mal. Hört in unsere Besprechung rein. Ich glaube einfach, dass Wednesday ist der Hauptgrund, weil, es tut mir leid, aber keiner hat auf eine Fortsetzung gewartet. Tim Burton hat auch relativ viele Flops auch abgeliefert, aber das ist auch wieder so ein klassischer Tim Burton. Nur, irgendwie wirkt der halt auch, dieser Beetlejuice, Beetlejuice unüberlegt. Also, es wirkt auf mich so, als ob sie machen, eine Fortsetzung machen wollten, im Writers Room saßen und sie haben sich vier Ideen um die Ohren geworfen, wie man eine Fortsetzung aufziehen könnte. Und wahrscheinlich hat dann Tim Burton gesagt, nehmen wir alle vier. Okay, willst du vier Fortsetzungen machen? Nee, nur eine. Ja, 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 komplett. Und so wird das, finde ich. Komplett. Weißt du, was ich irgendwie auch nicht verstanden habe? Es wird ja, es gibt so eine Szene, da fängt Beetlejuice plötzlich an, über seine Vergangenheit zu sprechen und er spricht dann plötzlich Spanisch. Ja, okay, aber das fand ich wiederum geil, weil ich als Filmkonnoisseur und Cinefila-Cineast habe das natürlich sofort verstanden. Das ist halt eine Hommage, eine Referenz an so alte Horror-Klassiker wie von Mario Bawa, der da auch dann wirklich auch namentlich dann zitiert wird. Und das fand ich schön. Das kann ich verstehen, aber ich finde, es ergibt für die Figur keinen Sinn. Weil, also, wenn es jetzt wirklich nur die Referenz war, die jetzt wirklich einfach nur eine Referenz sein sollte und wirklich keinen großen Zusammenhang mit der Figur und der Geschichte der Figur haben soll, okay. Aber ich habe es jetzt irgendwie so verstanden, dass damit auch ein bisschen seine Vorgeschichte halt gezeigt werden sollte. Und damit erzählt er mir ja, dass er quasi irgendwie Spanien quasi im spanischen Raum irgendwie halt gelebt hat. Ja, ja, also. Aber er hat einen Südstaaten-Akzent. Ja, aber das finde ich okay, das passt auch zu der Figur, weil du weißt ja nicht nur, weil er es erzählt, ob es wirklich so passiert ist. Ich meine, das ist ja nun die Erklärung. Also, damit erklärt er ja nun die Motivation von Monika Benutschis Figur. Und ich fand das, die Szene war einfach gut umgesetzt. Und ich hatte da nicht die Erwartung, dass er jetzt auch die Wahrheit erzählt. Also, wie gesagt, das macht natürlich keinen Sinn, wenn er in Spanien irgendwie Grabräuber war. Warum spricht er mit einem Südstaaten-Akzent? Auf der anderen Seite, wenn es wirklich so gewesen ist, dann hockt er halt schon seit irgendwie 400 Jahren im Jenseits. Wer weiß, wie ich ihn nach 400 Jahren im Jenseits habe. Es ist halt irgendwie, es ist irgendwie banal, aber irgendwie ist es auch wiederum lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, total. Also, der Film hat ein paar, also, das muss ich sagen, ich habe selten laut losgelacht, aber ich hatte schon wirklich so ein beständiges Grinsen im Gesicht. Das auf jeden Fall. Was ist mein Lieblingscharakter? Der Priester. Das fand ich auch so geil. Nee, aber, ähm, äh, also natürlich. Willem Dafoe, aber auch Bob. Ey, Shoutout an Bob. Ey, Bob ist so gut. Bob, wir lieben dich. Es ist ein total primitiver Gag, dieser Bob, aber es funktioniert einfach. Wir möchten natürlich sagen, was Bob passiert, aber das, das hat einem schon im Herzen weh, was Bob passiert. Ich liebe das auch, wie die das am Ende aufgegriffen haben. Ja, ja, da hat er auch gesagt, der Film hat keine Szene nach dem Abspann, aber während des Abspanns gibt es noch so ein paar, also es gab, gibt's, wenn die Darstellung nochmal namentlich halt aufgezeigt und genannt, und da gibt's noch so ein paar kleine Gags. Also, ihr müsst euch den ganzen Abspann gucken, aber wie gesagt, die ersten fünf Minuten des Abspanns solltet ihr besser sitzen bleiben. Das ist ja hier noch gesagt. Und Bob ist, ja, ich glaub, Melanie, da kann ich nur sagen, Bob gehört unser Herz, oder? Ach, Bob, Alter. Bob, man. Das ist, ne, heimlicher Star des Films, ich weiß nicht. Total, total. Erobert die Herzen. Ja, ich hab gar nicht gefragt, wie viele von Tim Burton hast du eigentlich schon gesehen? Was würde mich noch interessieren? Und zwar, hast du jetzt nach Beetlejuice 1 und 2 irgendwie Bock auf, in diese Welt von Tim Burton abzudriften? Weil der hat ja, zumindest in seiner frühen, in seiner coolen Zeit, nenne ich's mal, ja wirklich ganz viele Filme gemacht, die so ein bisschen auch dieser mobilen Ästhetik frönen. Hast du darauf jetzt nach Teil 1 und 2 mehr Bock, oder sagst du, jetzt reicht's erstmal? Ich hab, ich kann ja mal nennen, was ich von ihm gesehen hab, aber es ist wirklich peinlich. Ich hab Alice im Wunderland gesehen, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja. Scheinbar war's davon. Nicht das Vernähte Affen-Remake, Schande über dich. Obwohl, das hab ich, glaub ich, auch gesehen. Ähm, aber das Ding ist, mir fehlen halt so Classics, wie jetzt zum Beispiel Nightmare Before Christmas. Ich mein, okay, ist jetzt nicht sein Film, ne, aber Edward mit den Scherenhänden muss ich unbedingt gucken. Corpse Bride will ich unbedingt gucken. Und halt auch so Sweeney Todd oder Sleepy Hollow oder sowas, weißt du? Mhm. Ich glaub, Dark Shadows hab ich ein bisschen mal was, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ich hab, ich muss wirklich sagen, ich hab tatsächlich richtig, richtig viel Bock. Und vor allem jetzt Richtung Herbst hab ich hier richtig viel Bock, da so richtig reinzutauchen. Weil ich muss sagen, ähm, mir ist aufgefallen, ich glaub, vor allem seine alten Filme werden mir gefallen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich mag irgendwie sehr diese Art. Also ich, ich mag das irgendwie, das spricht auch irgendwie auf eine Weise meinen Humor an. Ich mag einfach irgendwie dieses Mobide daran. Und ich finde, es ist halt, also ich find Tim Burton ist so one of a kind, weißt du? Es gibt nicht unbedingt jemanden, der es genauso macht wie er. Und ich find, er hat eine sehr spezielle Sicht auf Sachen. Das find ich sehr faszinierend. Ja, also ich kann dir von meiner Warte her auf jeden Fall empfehlen, im Horrorbereich Sleepy Hollow, der ist großartig. Ähm, Ed Wood ist eines der besten Biopics, was ich kenne, auch großartig. Und wenn du den siehst, wirst du auch erkennen, dass er da auch viele Elemente drin hat, die er auch dann bei Beetlejuice, Beetlejuice wiederverwendet hat, weil er ja auch dem alten Horrorkino da huldigt. Ähm, und wenn du halt mal sehen möchtest, wie Tim Burton mal zwei Stunden lang einfach nur provoziert und die Leute versucht zu nerven, äh, Masatex, äh, kann ich dir auch noch mit auf den Weg geben. Ähm, aber ich kann so viel sagen, ähm, ich hatte nach Beetlejuice 2 irgendwie auch so, dachte ich mir so, boah, eigentlich hätt ich mal wieder Bock, so einen alten Burton zu gucken. So einen, so einen Edward mit Scherenhänden, so einen Frankenweenie, also den originalen Kurzfilm. Ähm, das schafft er auf jeden Fall und es zeigt mir zumindest dieser Film, dass Tim Burton, wenn er will, immer noch Spaß machen kann. Ich glaube zwar, dass seine, trotz seiner Hochphase vielleicht mittlerweile vorbei ist, weil er sich auch hier letztlich wiederholt, aber, ne, pass auf, ich glaube, wir können langsam zur Phase kommen, oder? Ja. Pass auf, dann, ich wage mal die Prognose, dass wir den Film relativ eh nicht bewerten, deswegen fange ich mal ganz unverständlicherweise einfach an. Es gab einige Sachen, die mich wirklich gestört haben, gerade wenn es darum geht, das Verhältnis, Qualität, äh, Qualität der Geschichte und Quantität der Figuren, das passt nicht zusammen. Aber, ich war grundlegend bespaßt, ich kam sehr bespaßt aus dem Kino, gerade in der zweiten Hälfte hat der Film ein gutes Tempo und hat wirklich viele schöne Ideen. Er ist manchmal auch ein bisschen böse und manchmal auch ein bisschen ekelhaft und das fand ich schön. Wie gesagt, das innere Kind war super, sonst werde ich, glaube ich, noch über Jahre drüber lachen und ich habe diesen zweiten Teil nicht gebraucht, ich habe ihn nicht verlangt, ich brauche keinen dritten Teil, aber ich bin froh, ihn gesehen zu haben und kam letztlich nicht überzeugt, aber zufrieden aus dem Kino, so würde ich es beschreiben. Das Ding ist halt, wenn wir halt jetzt gerade auch so ein bisschen drüber reden, also mir fällt ja auf, dass ich wirklich viele Momente auch richtig cool fand. Also, ich bin gerade so ein bisschen zwiegespart, weil, also er ist auf jeden Fall für mich schwächer als Beetlejuice, das ist es auf jeden Fall. Und ich denke jetzt halt gerade, ich überlege die ganze Zeit, wie ich ihn mit Sternen bewerten würde und ich, wenn ich ihn schwächer als Beetlejuice bewerten würde, dann würde er drei Sterne haben. Und irgendwie denke ich mir irgendwie, das finde ich ein bisschen, ich weiß nicht ganz, ob es wirklich die Wertung ist, die er verdient, weil, keine Ahnung, also vom Plot her und allem und wirklich von, das funktioniert halt nicht gut so. Und wie gesagt, viel zu viele Figuren, das Drehbuch hätte, es hätte einfach eine bessere, linearere Geschichte sein können. Und da wurde ein bisschen Potenzial verschwendet, finde ich auf jeden Fall, weil man hatte ja die Ideen. Man hatte einige gute Ideen und es hilft halt leider gar nicht, wenn man sie alle in den Mixtop wirft. Aber, ja, trotzdem, man hat trotzdem eine gute Zeit, wenn man ihn schaut. Hm. Aber er ist nicht rund, das auf jeden Fall, er ist nicht rund, aber man hat trotzdem eine sehr gute Zeit und, ähm, wie gesagt, man kann das Kostümdesign, man kann diese ganzen künstlerischen Aspekte genießen und er passt gerade sehr gut zur Jahreszeit, zu der Stimmung. Und, ja, deshalb vielleicht, ja, irgendwie schon eine Empfehlung auf jeden Fall für Leute, die vielleicht wirklich große Fans sind, aber vielleicht züngle trotzdem ein bisschen die Erwartung. Ja. Also, ich hab's jetzt so gemacht, ich hab dem ersten Teil dreieinhalb Sterne gegeben und dem zweiten drei. Ja, das ist, denke ich, auch mein Take, weil, ja. Eine Sache hätte ich noch, die mich interessieren würde, weil wir beide ja komplett auch uns auskennen, wenn es um Pädagogik geht und Kindererziehung. Ähm, der Film hat eine Freigabe ab zwölf, das heißt, man darf da mit Kindern ab sechs reingehen. Achso, lol. Okay. Ja, ja. Findest du, dass man das tun soll, ich meine, ihr kennt eure Kinder immer besser als wir, aber ich muss halt sagen, da waren schon Momente drin, wo ich sage, ja, kann man ab zwölf machen, aber wenn ich das mit sechs Jahren gesehen hätte, da, dann, ja, viel Spaß bei der Traumatherapie. Vielleicht eher ab elf, aber nicht ab sechs. Also, nee, also, da sind schon so Sachen drin, ähm, die hätte ich auf jeden Fall, ich kann mich ja noch ein bisschen dran erinnern, wie ich Kind war, kann ich, äh. Ist nicht so lange her jetzt. Nee. Hätte ich auf jeden Fall nicht gut empfunden, hätte ich irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen, weil es gibt halt manchmal so Fratzen, das ist halt immer so das, es gibt irgendwie so Fratzen zum Beispiel oder halt irgendwie so einfach ekelerregende Szenen auch so ein bisschen und das ist, glaube ich, nicht so ideal. Ja, ja, ja. Wobei, also, beim ersten Teil, den hätte ich als Kind, glaube ich, echt, der hat mich wirklich traumatisiert, da bin ich echt ganz froh, dass ich ihn erst später gesehen habe, naja. Ja, das denke ich auch. Wir sind durch, glaube ich. Wir haben alles gesagt, was wir zu Beetlejuice und Beetlejuice, Beetlejuice, äh, zu sagen haben. Das heißt, wenn man diesen Podcast zusammenmorpht, habt ihr Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Nichts passiert, also hat der Film gelogen. Wunderbar. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, TeleStammtisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Auch haben wir eine eigene Webseite, tele-stammtisch.de, könnt ihr gerne mal auschecken. Außerdem haben wir Discord-Präsenz, ein Discord-Community-System. Tele-Stammtisch-System.de, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, könnt ihr uns Feedback geben, könnt uns Vorschläge machen, könnt mit uns reden über Filme, Serien, Alt, Neu, ist uns egal. Wir haben da schon ein relativ reges Interesse bei euch geweckt und es kommen immer mehr Leute. Das freut uns sehr. Das sind wirklich sehr interessante Gesprächsthemen. Und wie gesagt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wie gesagt, ist auch kostenlos. Auch kostenlos ist der YouTube-Kanal von der Melanie, melanie.kd.de. Wie gesagt, da gibt es, zuletzt kam Beetlejuice 1-Besprechung. Vielleicht noch ein kleiner Rausblick in die Zukunft. Was erwartet uns da die nächsten Wochen? Robocop. Das war eine simple und einfache Antwort. Das finde ich gut. Das war's. Ich mach zu. Ist okay. Reicht. Also sind jetzt die 80er Jahre so Kultfilme in der 80er Jahre jetzt dran? Ja. Also ich hab irgendwie nie eine richtige Reihenfolge. Vielleicht kommt danach The Crow. Oh, okay. Und unter gegebenem Anlass. Ja, da, ja, du warst nicht bei unserer Besprechung des ersten Teils dabei. Das Reboot, was war ich schon? Das Reboot dabei. Aber ich fand das Reboot ja ganz, ganz furchtbar. Könnt ihr euch gerne anhören. Der Podcast müsste jetzt schon online sein. Aber ich würde mich interessieren, was du zum Original sagst, weil ich hab das jetzt auch noch mal vor einiger Zeit gesehen. Und ja, wir werden drüber reden irgendwann mal. Okay. Und dann, glaube ich, sind wir hier noch durch. Melanie, ich danke auch dir für deine Zeit. Und aus purer Dankbarkeit sage ich jetzt Tschüss und überlasse das letzte Wort dieses Podcasts ganz dir. Tschüss. Tschaui. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.